Hallo und willkommen zu einem neuen Video über Personenschutz. Elektrischen Personenschutz. Es geht nicht um Präsidenten, noch immer nicht. Also Personenschutz. Diesmal reden wir über die Schutztrennung. Dazu rufen wir uns einmal ins Gedächtnis. Warum, warum ist das überhaupt, warum, wenn wir da wo hingreifen, warum ist das gefährlich? Wir haben ja immer den L, den LifeWire, die Phase, und dann haben wir einen Neutralleiter in N. Und dazwischen, ist ja oft schon eingezeichnet worden, haben wir unser Gerät. Da dazwischen haben wir das Gerät, ja, das haben wir auch gesichert und darunter haben wir irgendwo das Gerät hängen gehabt. Warum ist das überhaupt gefährlich? Nun, der Neutralleiter, der ist normalerweise hier irgendwo, den Erdspieß, so irgendwie, mit der Erde verbunden. Da ist die Erde, ja, da haben wir Erde. Der ist also auf Bezugspotenzial. Und es ist so, dass irgendwo steht der Generator und da gibt es einen Sternpunkt oder ein Transformator, da gibt es einen Sternpunkt. Und da ist eine Spule, ja, so schaut das aus. Das heißt, und da dazwischen ist die Phasenspannung UL. Die wird da, das ist praktisch der Generator, ein Teil vom Generator, könnt ihr euch vorstellen, da wird die Spannung erzeugt in der Spule. Die sorgt dafür, dass da eben mehr Spannung ist und da rüben sind wir auf Erdpotenzial. Okay. So, wenn ich da jetzt drauf greife, wenn da der Herr oder die Dame steht, mit dem unbändigen Verlangen, da hinzugreifen. Wenn ich da drauf greife, gibt es hier dann eine leitfähige Verbindung über den Körper, über die zwei Füße, bis hierher. Da gibt es auch einen Erdwiderstand hier unten drin. So. Und auf einmal habe ich einen Stromkreis geschlossen, da ist eine Spannungsquelle, kann man sich vorstellen. Spannungsquelle und hängt schon drin. Also das Problem ist, dass wir hier über die Erde einen Rückschluss haben. Jetzt kann ich Folgendes machen. Jetzt mache ich das so. Geht auch rüber. Und wir haben das letzte Mal schon über Transformatoren gesprochen, dass der Transformator praktisch eine Übersetzung darstellt. Transformator koppelt einen Stromkreis mit dem anderen Stromkreis. Magnetisch, ja, und da ist die Sekundärseite. Was ist jetzt? Da mache ich auch eine Sicherung rein. Und da, da hänge ich jetzt mein Gerät dran. Jetzt mache ich die Übersetzung hier, eins zu eins. Das heißt, da ist die gleiche Spannung wie hier. Das heißt, was aus einem Trafo rauskommt, das ist der Trenntrafo. Was da aus dem Trenntrafo rauskommt, ist genau das Gleiche, was eine geht. Es gibt nur einen entscheidenden Unterschied. Es gibt hier keine elektrisch leitfähige Verbindung. Die Koppelung zwischen der einen und der anderen Seite geht rein über ein magnetisches Feld. Da gibt es keinen Strom, der erinnern kann. Da gibt es keinen Strom. Das heißt, galvanisch getrennt heißt so etwas. Da gibt es keinen Strom, der erinnern kann. Das heißt, wenn ich da drauf tausche, da steht jetzt eine andere Person und die verspürt ebenfalls das unbändige Verlangen, da drauf zu greifen. Der kann lachen, der nicht. Bei dem wird es zischen, weil da gibt es nämlich einen Retourgröße. Der berührt hier, aber es kann nichts wo hin. Das hängt in der Luft hier. Also in der Luft. Es gibt hier kein Bezugspotenzial. Das heißt, wenn ich da drauf greife, dann ist das halt 0 Volt und das Minus. Vollkommen wurscht. Das hängt in der Luft. Das heißt, über diesen Körper hier kann keine Verbindung. Die Erdverbindung ist egal. Weil es gibt kein zweiter Erdverbindung der Rüben. Passt. Hier auf der Seite kann praktisch nichts passieren. Blöd ist natürlich, wenn hier dann doch eine Erdverbindung ist, irgendwo, dann ist nämlich der Rüben genauso gefährlich wie da. Das Symbol schaut so aus. Wenn wir irgendwo so ein Symbol drauf sehen, dann ist das eine Schutztrennung. Schutztrennung heißt das. Das werde ich auch noch drüber schreiben. Schutztrennung. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Hacker zugemacht. Wurscht. Schutztrennung. Mit einem sogenannten Trenntraffo. Sorgt dafür, dass auf der Sekundärseite, weil ich da Erd bin, ist aber schuld. Dann ist es nämlich genauso gefährlich. Wo wird das eingesetzt? Es gibt manchmal, wenn Sie das jetzt in so Spielen drinnen oder in Zügen sieht man so hin und wieder, Rasiersteckdosen. Die haben dieses Symbol drauf. Das ist eine Schutztrennung dahinter. Und das setzt man ein, wenn nichts anderes möglich ist. Also das ist so, ja, es ist geschützt, aber halt nicht optimal. Weil wie gesagt, wenn da trotzdem was gegen die Erde steht, dann ist das da auch eben genauso gefährlich wie da auf der anderen Seite. Schutztrennung. Eine weitere Möglichkeit, sich vor den Gefahren des elektrischen Stroms zu schützen. Das nächste Mal sprechen wir über die sogenannte Nullung. Was das ist, ist ein übliches Vorgehen. Ist ein übliches Vorgehen. Früher hat es nur Nullung gegeben. Heute wird die Nullung angewandt mit, zusätzlich mit einem Fehlerstromschutzschalter. Das nächste Mal reden wir mal über prinzipiell die Nullung. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.